whisky jason hier whisky aus der sicht eines amerikaners herzlich willkommen wir haben hier auf dem tisch glen tauchers 1999 destilliert 2021 genau am 4 mai abgefüllt 21 jahre gordon mcphail connoisseurs choice cast strength whisky base nummer 189 647 es gibt davon 312 flaschen bei 54,9 prozent alkoholvolumen batch nummer 21 schrägstrich 083 so es kommt in diese hochwertige schöne flasche es gibt hier eine super tolle stabile verpackung man kann echt eigentlich was drauf treten hier oben schaumstoff damit nichts wackelt also hochwertig nun preislich das ist die frage des tages wie viel sollte man ausgeben heutzutage fein 21 jahre alte fast stärke von ein unabhängig abgefüllte distillerie die man sonst kaum bekommt ist der lied mal bei ballen teams und wir liegen jetzt hier bei um und bei 188 189 euro ouch also da muss man schon sagen das ist nicht wenig was mich auch ein bisschen überrascht ist diese whisky kam jetzt hier august auf markt und wir haben jetzt schon oktober 2021 übrigens und 23 shops haben diese noch das scheint ein ladenhüter zu sein bisher habe ich kein video dazu online gefunden bisher habe ich kaum eine blog eintrag also dieses ding ging einfach mal auf markt oder kam auf markt und ja so wie ein sack reis der umfeld in schiene keine hat bemerkt also ich versuche das ein kleines bisschen heute zu ändern indem wir diese whisky hier verkosten werden so glenn tauchers ich habe mich ein bisschen versucht schlau zu lesen weil mein strategie zurzeit ist es bisher habe ich auch denn dieses whisky mode yearbooks gehabt und ich habe ältere exemplare noch mal bestellt denn fast jedes jahr ich glaube 60 bis 80 prozent von der inhalt ändert sich vom jahr zu jahr das ist diesen text was da drin geschrieben ist und was ich nicht wusste hätte ich eigentlich wissen müssen ist dass glenn tauchers für chavis regal das heißt panorikart ist der mutterkonzern und die haben hier tatsächlich mit glenn tauchers haben eine distillerie der nicht automatisiert wurde also die machen alles bei hand genau wie nicht ganz wie springbank aber fast warum weshalb wieso weil die dort ihre leute ausbilden ja also man kann immer einen knopf drucken und dann kann man alles richtig machen aber man muss vorher im kopf auch verstehen was da passiert mit diesem knopfdruck und dort bei dieser distillerie da glenn tauchers ist denn hier unserer übungsort unserer ausbildungsstätte unser ausbildungsbetrieb hier für chavis brothers die produzieren vier millionen liter ungefähr im jahr alles geht fast in der blend industrie ab und zu finden sich ein paar fässern da durch gordon mcphail durch signatory durch ein paar andere unabhängige abfühle jetzt hier auf dem markt ich finde diese preis recht ambitioniert um ganz ehrlich zu sein also sehr oft also ist ein first for x cherry haux hat also haux hat 250 liter im normalfall und wenn ich hier ganz kurz meine wunderbare mathematik hier mache 312 x 0,7 heißt 218 liter das heißt nach 21 jahre jahre wurde praktisch jetzt hier 32 liter verloren das ist knapp 12 also prozent das heißt mehr oder weniger als praktisch 0,6 prozent angelship pro jahr entweder weil dieses ex cherry haux hat extrem dicke daumen gibt es auch machen sie ganz bewusst oder und auch wurde diese arm fast ziemlich irgendwo ganz 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 unterirdisch fast damit da kaum temperaturschwankungen gelagert damit wenig an diese gierigen bösen engeln da verloren geht ich finde es extrem viel flaschen da die noch aus ein haux hat da kommt so gibt es noch 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 sonstige noch sie gelassen neues wort leute ja irgendwelche informationen die noch weiter vom interesse wäre exclusively baut für kirch import ah ja das habe ich vergessen also kirch hat dieses fast gekauft und oder zumindest abführen lassen in deren auftrag ja 1999 ja dancing like the year 1999 das lied von prince damals mensch zeigt wie alt ich hier bin ich lese gleich ein bisschen was die die tasting nutz offiziell sein sollten ich habe hier tatsächlich eine flasche die ich womit das vergleichen möchte ja wie peinlich 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 ich greife ihr könnt das fast schon sehen die flasche da auch ein connoisseur's choice allerdings diesmal von glenn turret das ist ein refill sherry hawks hat nur 14 jahre alt hier haben wir tatsächlich unser 21 jahre alt hier haben wir 53,7 hier haben wir denn 54,9 und farblich könnt ihr sofort merken da ist eine gewaltige unterschied zwischen first will also farbtrinker und hier vielleicht nicht so ein farbtrinker preislich waren wir jetzt hier der glenn tauchers ist whiskey base nummer 149 294 und immer noch erhältlich für 104 euro so wir reden vom 104 euro whisky was ich immer noch teuer finde für 14 jahre gegenüber 189 euro whisky für eine 21 jahre alte whisky nicht ganz die zehn euro pro jahr die ich aus schmerzgrenze empfinde aber immer noch ein bisschen mehr coole korken gut also liegt schön in der hand also immer wieder auch gordon mcphaley hier drauf und so ja eine gute sache ich wurde die gegeneinander einfach mal hier verkosten die verpackung kommt jetzt hier langsam weg so ok was machen wir hier wir riechen also meine klassifizierungen zurzeit sirup sherry schwefel sherry leckerer sherry ding 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 also das konnte ein gewinner sein schwefel ok also da ist wirklich so meine meine erfahrung meiner wahrnehmung zurzeit viele viele dunkle scherich die auf der markt kommen die finnisch sind haben einfach diesen sirup sherry viele die scherich die irgendwie zwischen 15 und 8 jahre alt die auch häufig vorgreifung waren haben diese sherry geruch war die leute damals gar nicht verstanden haben dass man kühlcontainer mieten kann dass man andersweitig mit fessern umgehen kann damit sie nach schottland kommen ohne mit diesen schwefel moment da drin zu haben und davor also wir reden jetzt hier von 99 also whisky ist die vor 2000 bauchgefühl vielleicht sogar 2003 2004 die haben häufig diese wunderschöne richtige scherie moment interessanterweise steht auch nicht hier das ist eine oder lose scherie es ist nicht eine p2 mns ist nicht ein cream hier stehen einfach für scherie hogshead cask ok gut 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 so 54,9 prozent also richtig leckere also dunkelbeere bären tabak momente rosin dunkle schokolade hier möbel politur moment lecker würzige holznoten vielleicht ein bisschen kirsch also das ist was ich mir und ein sherry whisky vorstelle ja also leute momentan also an von der nase her würde ich sagen kaufen ok vom geschmack her kann ich das auch empfehlen ich habe angst wird das mich in deutschland oder wird es diese erste eindruck bestätigen hier tschüss hm 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 aber ein kleines bisschen natürlich mehr umdrehungen durch die 54,9 prozent offiziell steht es hier reichhaltige sherry aromen kombiniert mit dunklen schokoladen fudge danach stewed raisins also eingelegte rosinen mandeln blutorangenschale vielleicht und wo hätte ich nicht gehabt und am ende kakaopulver also yummy 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 also das war mein kalibrierungs whisky ich weiß dass diese whisky hier nicht mithalten kann so das ist immer wie das problem wenn ich erstmal ein whisky verkoste ich habe keine ahnung was mich erwartet und deshalb werde ich einfach mal frecher weise deckel ist nach unten gefallen einfach mal eine 2001 eine 21 jahre alte glendronach aus dem jahr 2018 hier auf den tisch schmeißen habe ich tatsächlich mein geschmacks gedächtnis hier guck mal farblich sind sie hier relativ ähnlich hat mein geschmacks gedächtnis ist mich total im stich gelassen oder bin ich halbwegs gut unterwegs so an der nase würde ich sagen der klein taucher ist gewinnt ja gibt den moment die flasche relativ neu geöffnet erst ein paar wochen erstmal habe ich glaube ich irgendwie habe ich über 15 oder ich glaube 3 cl habe ich jemand schon geschickt die flasche ist ganz neu die habe ich noch auf meiner sample liste unten leute falls jemand danach sucht vielleicht muss ich meine preise wieder anpassen denn auch da für mich ist die frage manchmal welch preis werde ich hier auf meine preisliste haben diese preis die ich bezahlt habe oder diese preis die ich brauche um die flasche wieder zu bekommen denn ich wollte sie auch immer auch wieder auf meiner liste haben und natürlich ihr sagt immer ich möchte gerne den preis bezahlen die er denn die du bezahlt hast ja macht nur sinn ergibt nur sinn aber natürlich für mich auch denn wenn ich sie neu kaufen muss ist die frage womit finanziere ich die nächste flasche durch das was ich letztendlich hier auch denn mit euch geteilt habe so zurückhaltender der ist eigentlich nicht so zurückhaltend 46 prozent genau das ist das was ich meinte 48 prozent bravo billy walker damals oder wer auch immer heute muss man braun formen sagen schade besser aber gut ja also ganz ehrlich der 21 er ist sehr gut für mich der 18 er ist noch besser mini mini ich weiß es gibt leute die sagen immer wieder der 21 ist besser als 18 meine persönliche in bauchgefühl dabei sagt viele leute lassen sich vom zahltau täuschen ja gerade bei glendronach denn der zahl darauf ist nicht der alter von der whisky drin ja es gibt immer wieder in tabellen von wegen der gestillt ist viele jahre zu gehabt und deshalb muss der 21 eigentlich schon 24 25 26 seien 18 musste denn eigentlich 21 24 und so weiter zu sein und deshalb ist immer wieder bei glendronach wichtig zu wissen welche batch man hat 2018 hier von 2000 von glendronach 21 manche sagen eine der besten die es gab gut dann gehen wir hier zurück zu unserer am connoisseur's choice und wir probieren noch einmal ich hoffe nach diesem video werden einige leute sagen werde ich mir vielleicht doch kaufen ja also ist diese whisky 189 euro wert da habe ich meine probleme wenn du sowieso gewohnt bin 200 euro flaschen zu kaufen ja wenn du normalerweise 40 bis 60 euro flaschen gekauft hast bloß nicht lasst euch nicht verleiten holt euch irgendwann tempo hiervon oder glendronach 18 oder vielleicht hiervon wie auch immer aber wenn du sowieso 120 bis 150 in dein etat hast und sucht nach etwas was richtig richtig toll ist dieser alte scherbe geschmack dann gibt einfach mal ein paar 30 euro mehr aus und kauft euch so eine flasche ihr versteht wo es gibt verschiedene momente wo man als whisky käufer so ist ich hab der nach einem früher eine grenze bei 30 und dann 50 und 70 80 100 und dann 120 ich glaube ich habe 120 weggelassen ich war gleich bei 150 und dann irgendwie alles bis 200 kann ich mal für eine flaschenteilung möglicherweise kaufen selten aber tue ich das und dann ja alles darüber der der preis kann dieses geschmack so gut wie nie rechtfertigen persönlicher meinung andere leute setzen die grenze schon bei 120 vielleicht auch so recht so gutes zeug kakao schokolade rosin falsch dunkle pflaumen eine nüssigkeit die schreiben am andern ich sag mache damien leichte orange schale möbel politur alles was wir kennen von dieser old sherry abfüllungen und am one wunderbar interessant also einige leute haben diese whisky tatsächlich online 92 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 und ganz wenige haben eine fahrheit person hat 85 86 86 aber viele viele leute haben hier tatsächlich neunziger gegeben und ich muss er ehrlich sagen ich stimme zu 2 plus plus 1 minus lange her seitdem ich in 1 minus im mund genommen habe keine ahnung vielleicht ist stimmung heute ist es herbstlich ist es genau eben diese whisky denn ich gerne trinken möchte ich habe kein bisschen wunsch wasser hier rein zu tun dieses ist so schön perfekt abgerundet bei dieser 21 jahren und diese 54,9 prozent einfach lecker 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 kirsch wer auch immer dieses was ausgesucht hat also ich kritiziere euch immer wieder liebe kirsch mitarbeiter aber hier muss ich einfach lob aussprechen nur lecker preislich drei minus nicht weil diese whisky nicht dieses geschmack wert ist einfach ich habe probleme bei 189 euro eine flasche zu empfehlen ok 1 warum hast du es nicht gekauft 1 minus 2 kaufen 3 kann man kaufen 4 braucht man nicht kaufen 5 warum wurde das zeug hergestellt 6 wegschütteln habe ich noch nie gesagt aber es gab es noch neulich irgendeine 6 allerdings preis leistung 6 und hier an ist tatsächlich einfach mal die frage braucht man tatsächlich ein 21 jahre alte 189 euro whisky ich krieg mein red breast 21 mein weihnachts whisky für 50 euro günstiger beinahe also was kostet mein red breast 21 momentan red breast 21 ich das ist so meine mein mein ich verwöhnen mich whisky das ist mein weihnachts whisky also 100 ja genau 129 euro 100 genau irgendwie bei 140 euro ja also sagen wir 140 euro ist das was meine red breast 21 kriegen kann auch 21 jahre alt 189 die 40 euro mehr ist das wert also und das ist schon mein limit also ich kaufe mir nichts besseres als ein red breast 21 und für mich ab und zu mal ab und zu mal zu trinken und zu genießen gut whisky aus der sicht eines amerikaners ich glaube ich habe diese frage lange nicht mehr gestellt welcher whisky ist für euch ein 1er whisky 1 1 minus 1 1 1 plus also sehr sehr guten lecker preislich naja die preise sind standard sind normal aber das was wir heute erwarten und bezahlen müssen vielen dank leiten abonnieren teil meiner whatsapp flaschen teilen gruppe dort wurde diese flasche schon gänzlich verteilt also kommen leute sei dabei nicht alle leute kaum jemand teilt social connoisseurs choice flaschen ich bekomme noch zwei dazu haben von bunne und von ball blair also ab und zu mal gibt es so etwas bei mir auch und schau mal auf meine sample liste hier findet der glendronach da ist der 15 18 21 noch dabei lohnt sich vielleicht da einfach mal selbst auch ein sample zu besorgen um das zu testen alles gute bis morgen whisky jason yeah ciao